Grünewald Treppenbau ist seit über 25 Jahren Hersteller von Massivholztreppen, ansässig im Landkreis Hasberge und der größte Treppenanbieter in der weiteren Region. Einst als Schreinerei gegründet hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre auf Treppenbau spezialisiert und ist heute Marktführer in der Herstellung von CPL-Treppenstufen Lamina, die Kratzfeste, welche sich durch ihre hohe Kratz- und Abriebfestigkeit auszeichnet. Teamarbeit ist in dem Unternehmen sehr wichtig, denn von der Planung bis zur Herstellung arbeiten an einem Projekt immer mehrere Mitarbeiter. Vom Kundendienst, Designer, Statiker bis zum Schreiner sind alle involviert. Die neue Treppe wird bereits per Computersimulation immer wieder überprüft, damit später beim Einbau auch alles passt. Im großen Treppenstudio kann man aber auch viele Modelle und Angebote von Grünewald Haus der Treppen direkt besichtigen und sich auch fachkundig beraten lassen.